Jennifer Aniston und Justin Thoreau Ein Insider sagt, dass die Hochzeit wegen Justin immer wieder verschoben wird und Jennifer sich von ihm im Stich gelassen fühlt. Und das in einer wichtigen Zeit. Es heißt sogar, dass Jen ihren Freunden versprach, das Baby ganz allein zu erziehen. Justin und Jennifer sprechen selten über ihre Beziehung, deshalb gibt es viele Gerüchte. Aber ob sie wirklich im fünften Monat schwanger ist, wird sich zeigen.